The only thing they fear, is you. Und ja, deswegen bin ich meistens immer ein bisschen raus, wenn ihr jetzt so die erste Folge dann wieder seht, also nicht erste Folge, sozusagen die erste Folge, die ich in der Woche aufnehme, also nicht wundern, falls ich jetzt heute erstmal wieder ein bisschen am Abkacken bin, aber ja, wir machen weiter mit der Story, wir begeben uns jetzt nach Erdek, hieß das glaube ich, ähm, Necrawoll, keine Ahnung, Stadt der Verdammten, irgendwas, auf jeden Fall ist das glaube ich irgendwo in der Hölle. Oder so, weil dadurch, da konnten wir glaube ich jetzt nur rein, durch den Kern vom Mars, nein, das war schon davor, egal, ich bin gerade ein bisschen raus, tut mir leid, ähm, aber bevor wir hier weitermachen, weil wir können, bevor die Mission, also nicht abgeschlossen ist, können wir nicht hierher zurückkommen, das hat uns Samuel extra noch gesagt, deswegen sollten wir hier noch alles machen, was wir machen wollen, und wie ihr seht, ich habe jetzt alles gesammelt, was geht, außer dieses Ding da oben, das ist nämlich hier, und ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme, das werde ich dann irgendwann anders machen, weil ich schätze, man kann dann einfach, wenn man fertig ist mit der Mission, oder nach ein paar Missionen, ich weiß ja nicht, wie lange man da in Erdek bleibt, kann man dann einfach wieder hier zurückkommen, und dann muss ich einfach gucken, wie ich da hinkomme, weil ich habe keine Möglichkeit gefunden, da hinzukommen, wahrscheinlich ist es wieder komplett einfach, aber... Wow, sagte ich und finde das, Alter, Cheatcode, vollständige, vollständig verbesserter Anzug, okay, das ist cool, aber eine weitere Sache, die wir machen werden, ist das hier, oder ist das das hier, nein, ist das nicht das hier, ähm, was ist denn das hier, ist das, glaube ich, weiter unten, aber ihr seht schon, ich habe hier alle Anzüge gekauft, ich habe mir jetzt gerade den blutroten Skin ausgerüstet, den kann ich jetzt, glaube ich, gerade nicht zeigen, den habe ich durch ein Achievement bekommen, glaube ich, den konnte man sich hier auch nicht kaufen, aber ich habe jetzt alle Waffen-Upgrades, alle Breton-Anzug-Punkte-Dinger, und ich habe extra noch den letzten Himmelsschlüssel gesammelt, damit wir uns dieses schicke Ding hier holen könnten. Ich dachte, glaube ich, am Anfang des Let's Plays, dass das das Schwert wäre, warum auch immer, es wäre ein ziemlich großes Schwert, der hat zwar auch ganz cool aus, aber es ist eher so eine Waffe, eine Schusswaffe, und dazu braucht man alle Himmelsschlüssel, und die habe ich jetzt gesammelt, deswegen werden wir uns das schicke Ding holen. 6 von 6 Himmelsschlüsseln. Alter, ihr seht schon, mein Skin, der ist rot, das ist geil, rot ist immer gut. Aber ist das so eine Maker-Waffe? Alter, what? Unmaker. Oh, was? Der Unmaker ist eine verheerende Schnellfeuerwaffe mit breiter Steuerung. Unmaker und BFG verwenden dieselbe Munition. Drücke F, um zwischen BFG und Unmaker zu wechseln. Okay. Also BFG ist einfach so eine, ich fliege durch den Raum und lasse einfach alles platzen, was ich berühre. Die Unmaker-Technologie, inspiriert von Wächterwaffen und verfeinert durch ihren göttlichen Geist. Sein Zerstörungspotenzial ist überwältigend. Und ich schätze mal, der Unmaker ist einfach dafür da, um Horden von Gegnern in Stücke zu fetzen. Ist cool, ich dachte eigentlich auch, dass das eine Waffe ist, die mit großen Schüssen arbeitet, so wie die BFG oder die Balliste. Aber anscheinend ist es eine Schnellschusswaffe. Okay. Und das ist auch komisch, hier wird mir angezeigt zwei Schuss für die BFG und 60 für die, aber hier wird auch noch 60 angezeigt. Ich schätze einfach mal, die BFG braucht einfach 30 von denen auf pro Schuss. Deswegen, also ich schätze mal, BFG ist halt teuer, vernichtet dafür aber so alles. Und der Unmaker ist einfach nicht so teuer und kann öfter eingesetzt werden, kann trotzdem gut vernichten. Wir werden den dann ausprobieren, würde ich sagen, gleich. Und wir begeben uns jetzt ins Level. Nach Negrawoll. Ah, stimmt, da müssen wir hin. Okay. Portal ist wieder rot. Ab in die Hölle oder wo Negrawoll auch immer liegt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, das sieht mir nach Hölle aus, würde ich sagen. Riesiger Höllenturm mit einem Pentagramm. Obwohl, es könnte auch auf der Erde sein. Wer weiß. Argent Energie wird aus den Seelen der Höllenopfer hergestellt. In dieser Fabrik wird die Energie gewonnen. Negrawoll. Die Stadt der Verdammten. Oh. Okay. Wir sind jetzt da, wo die Argent Energie besteht. Wir sind definitiv in der Hölle. Hier werden die Verdammten der Hölle drin gefangen gehalten und in Argent Energie umgewandelt. Anscheinend auch dieser Titan hier. Wie es scheint, wird der hier auch gequält und für Argent Energie ausgebeutet. Oder so ähnlich. So, komm mal. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Schön Zombies schlachten und alles. Ich gucke nur ganz kurz. Da ist nämlich schon gleich ein Geheimnis. Das Level sieht auch wieder ziemlich groß aus. Mit dem Turm da hinten vor allem auch. So, ihr sterbt mal bitte. Du kommst auch mal her. So. Die Methode ist richtig gut, um die zu töten. Äh. Jo, du kommst mal her. Was gibt's da hinten? Oh, Kanonen sind das. Scheiße, das wollte ich nicht. Ah, aber hier. Hier gibt's so ein Ding. Wir haben ja eh nur noch das. Das heißt, wir sind dann erstmal Munition, glaube ich. Weil Munition ist schön und ich will gerne viel Munition haben, damit ich mehr Dämonen die Köpfe weg sprengen kann. Dann haben wir davon eh auch schon alles, wenn wir noch einen zweiten finden. Ist cool. Oh Gott. Das soll sich mal verpissen, Alter. Oh Gott. Da seht ihr schon. Ich muss erst wieder reinkommen. Ich hab das komplett unterschätzt. Äh. Ja doch, unterschätzt war schon richtig. Aber ich fang wieder hier an. Na egal. Wo ist der jetzt hin? Ist der gestorben, oder was? Was wollen die denn jetzt? Ich glaub, die wollen ja eigentlich, dass ich gleich den Unmaker benutze oder so. Ja. So, Alter. Weg mit dem. So. Du stirbst erstmal. Oh fuck me. Das wollte ich nicht. So, der ist auch tot. Was gibt's hier hinten? Nichts. Hier geht's hoch. Ich glaub, das ist sogar der richtige Weg, oder? Scheint so. Hier brennt's auf jeden Fall. Hier wollte ich eigentlich nicht hin. Oh Gott. Nein. Das ist nicht der richtige Weg. Was mach ich denn hier oben? Oh Gott. Der ist auf jeden Fall tot. Der auch. Ich will ja fast keine Shotgun-Emmo. Hier sind noch die ganzen Leute verkrustet und aufgespießt. So mag man das doch. So, und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Wo muss ich jetzt hin? Achso, ich muss da oben rein. Okay, hier gibt's. Ah, so kommt man da hoch. Oder auch nicht. Okay, das war, glaub ich, nicht ganz, wie man da hin sollte. Ich mag's nicht, wenn da Feuer ist. So, kommt man hier rein. Oh, jetzt sind wir drin. Okay. Ich spiele schon wieder ziemlich laut. Oh Gott. So, weg mit dir. Ich find die Finisher von denen immer noch fast am besten. Die sehen schön cool aus. Da reißt man die immer so schön auf. Ich hab grad einen Pinky. Der lebt noch. Das Stück Scheiße da hinten. So, der Pinky ist weg. So. Das würde ich ganz gern haben. Oh, was spawnt da jetzt? Ah, ein Tyrant. Das sind ja auch die, äh, so... Oh, der ist schon tot. Ja, das ist mal 4 Damage, glaub ich. Sonst wäre der jetzt nicht so schnell tot gewesen. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, die Tyrants sind ja die alten Cyberdemons. Also, so sahen die Cyberdemons früher aus, in den alten Doom-Spielen. Was ich ganz cool find, dass die sowas auch wieder reinbringen. So, du kommst mal her. Oh, den Finisher kenn ich noch gar nicht. Okay, der war zwar ein bisschen langweilig im Gegensatz zu den anderen, aber... Oh, wow. Wo ist der Scheiß-Typ jetzt hin? Du bleibst mal schön hier. Oh, der ist auch geil, der Finisher. Das ist mein Lieblingsfinisher von den Schlangentypen. So, was willst du jetzt? So, okay. Da hinten gibt's noch Rüstung und sowas. Das nehm ich gerne mit. Den Unmaker muss ich dann auch mal ausprobieren. Alter, was... Was geht mit meinem Bildschirm? Da ist irgendwas komisch. Ich glaub, das habt ihr gerade auch in der Aufnahme gesehen. Liegt das an meinem Bildschirm oder ist das in-game? Ich hoffe mal, das kommt nicht noch öfter. Dass der Kack da vorne mal aufgeht. Ah, ja, okay. Hier kommen die Menschen von der Erde an und warten, bis sie verarbeitet werden. Alter. Das klingt ja richtig nett. Ach, jetzt da ganz oben. Wo soll ich da denn hin? Die Menschen werden hier einfach verarbeitet. Also wenn man in die Hölle kommt, dann müsst ihr hier in diesen Käfigen drauf warten, dass ihr verarbeitet werdet. Okay, ja, interessant. Keine Ahnung. Dann lass ich das jetzt einfach mal und geh einfach mal weiter. Alter, das hole ich mir dann irgendwann später. Rein in die Grube der Menschen. Wäh, Alter. Wäh. Äh. Das sieht wirklich so aus, ob die hier drin verarbeitet werden. Oh Gott, Alter. Was ist das hier? Menschenmallenmaschine. Knöpfchen drücken. Oh ja. Okay, der ist weg. Oh fuck, da ist so einer. Nein, 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 nein. Lass mich hier raus. Äh, was nehme ich denn da? Wie wäre es damit? Okay, er fährt doch gegen den ganz gut. Warte, ich wechsle mal aufsatz. Der Aufsatz ist einfach besser. So. Komm her, du. Peeler aufgeschnitten. So, hier ist auf jeden Fall so ein Ding zum Anschießen. Das kennen wir ja schon. Dann schießt mir das doch mal an. Was passiert jetzt? Ach so, das Tor geht auf. So. Hier ist ein Boxer, äh, Stein. Ja, und wie komme ich hier? Ach so. Deswegen ist das Loch drin. Nein. Komm, lass mich raus. Wo muss ich hin? Ach so, da oben drauf. Okay. Das sollte man sich vielleicht alles vorher angucken. Nein. So. Dann krabbeln wir doch mal hoch. Gibt's hier unten noch irgendwas? Nein. Hier ist ein Käfig. Kahn-Maker braucht die Erde und ihre Seelen. Denn ihre Welt liegt im Sterben. Die Seelen dienen als Rohstoff für die Iren. Sie sichern ihr Überleben. Wenn du deine Welt rettest, bringst du ihre in Gefahr. Okay. Soll das jetzt heißen, dass Hölle und Erde im Gleichgewicht sind? Der blinde Richter. Er entscheidet darüber, wer bereit für die Extraktion der Seele ist. Die übrigen werden in den Blutzimpfen entsorgt. Was? Oh, what? Was ist das jetzt? Ist das der Typ, der das macht? Hier werden die Seelen extrahiert. Und der entscheidet, wer dafür würdig ist? Oder wie sieht's aus? Alter, ist einfach ein riesiges Gehirn, oder was? Zerstöre die Augen von Kaliburs. Ach, der hat die Tentakeln, oder was? Oh ja, das ist er. Kann ich auf die Augen einfach draufschießen, oder wie sieht's aus? Ach, das ist ein Bosskampf jetzt, okay. Also schätze ich mal. Beziehungsweise so ein Miniboss. Okay, okay. Ich schätze mal mit draufschießen, wird's klappen. Nein, ich wollte nicht hierhin. Du, dein Auge ist geplatzt. Ah, da hinten ist das nächste. Oh, warte, ich soll... Ah, nee, da hab ich keine Munition für. Dann komm du mal her. Die müssen wir jetzt mal zersägt. Nein, schon wieder. Komischer Grafikfehler, Alter. Ich mag Grafikfehler nicht. Die sind blöd. Nein, falscher Aufsatz, den nehm ich. So. Das Auge ist auch kaputt. So, der Typ... Oh, fuck, Alter, der macht ja die Dinger hier weg. Okay, zwei Schüsse haben gereicht für das Auge. Nee, ich wollte den Raketenwerfer. Ah, Gott. Ich wusste es. Später. Ja. Der Schild ist heruntergefahren. Jetzt ist es unbeschützt. So, komm mal her, du. Okay, ich dachte, da kommt eigentlich noch eine Animation, aber nee, der platzt einfach nur. Was will der da hinten denn jetzt? Mit was mache ich den weg damit? So, der ist weg. Ich bin sehr low an Leben her. Aber okay, das war ein fettes Gehirn. Das wir weggemetzelt haben. No, 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 no. Ach, mein Bus war noch nicht mal aufgeladen. Hätte ich darauf achten sollen. Ach, so. Dann geht's weiter. Oder war es der Typ schon? Ich weiß es nicht. Oh, was ist das? Kann ich da drauf schießen? Ah. Okay, okay. Da hinten gibt's noch. Schon wieder. Dieser scheiß Grafik-Dings. Was ist hier? Vielleicht hoffentlich ist es nicht an meinem Bildschirm. Ist ja echt scheiße. Ich weiß gar nicht, ob ihr den dann seht oder nicht. Ich sehe zumindest immer ab und zu so ein Flackern. Okay, so geht's natürlich auch. So. Da muss ich eh lang. Da hinten gibt's dann die Automap. Ha. Alter. 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 Schon wieder. Dieser scheiß Grafikfehler, Alter. Das ist ja komplett scheiße. Kommt mal her. Hier sind auch überall schön Öfen an den Wänden, dass die Menschen da drin verbrannt werden können. Oh, und hier ist noch eine Meisterschaftsmünze. 20 Minuten später. Ach, hier ist schon wieder weitergekämpft, oder was? So, hier kommt mal weg. Ich sollte nicht so nah zum Mancubus hingehen. So, was gibt's denn auf der Seite hier? Irgendwas Tolles? Oder komme ich hier einfach... Ah, da komme ich zum One-Up. Das ist ja schon mal was. Öffnet sich hier jetzt das Tor oder so? Nein. Das ist schade. Das hätte ich gern noch gemocht, dass das Tor sich noch öffnet. Alter, aber diese Fabrik. Da werden einfach Menschen zu Argen-Energie verarbeitet. In so komischen Käfigen dann transportiert. Sind sonst so als Paste irgendwo an der Wand. Oder aufgespießt so. Ob das einfach nur ist, um die Menschen zu quälen oder so? Oder ob sich die Dämonen da so denken, oh ja, komm, schmück ich mal meine Burg mit toten Menschen. Oh Gott. Man muss die Menschen foltern. Aha, ich glaube, Samuel gibt uns gleich die Antwort darauf. Fleisch, Mürbe machen. Haben sie genug Schmerz erlitten und ihr Geist ist gebrochen? Dann ist die Seele bereit für die Extraktion. Okay, anscheinend sollte es so. Man muss die Menschen quälen, damit man ihre Seele extrahieren kann. Deswegen werden die ganzen Leute hier gequält. Da soll ich jetzt durchlaufen wahrscheinlich. Hm, also da ist nochmal ein Secret. Oh, ein Doom Hunter. Und nochmal so eine Meisterschaftsmünze. Davon habe ich jetzt ziemlich viel. Das war knapp. Wenn ich den Kampf fertig habe. Hier wird der Schei wieder gecampt. Oh Gott, wo ist dieser Scheiß-Totem? Totem, geh weg. Ah, da hinten ist er. Ich will dich nicht. Geh weg. Niemand will dich. Den würde ich ganz gerne nochmal ausprobieren. Alter, der fetzt hier richtig weg. Der macht aber halt nicht so viel Schaden wie die WG, das ist klar. Weil der mehrere Male schießen kann. Komm du mal her. Mein Schwert habe ich auch noch, das darf ich auch nicht vergessen. Das kann ich auch ab und zu mal benutzen. So, hier gibt es noch schön Shotgun-Money. Nice. Der ist auch weg. So mag ich das doch. So, dann kann ich jetzt auch hier oben nicht hin. Okay. Aber die Rüstung dahin kann ich mir noch holen. Zwei Stunden später. Ja, und jetzt sollte das Tor hier geöffnet sein. Aber eigentlich würde ich ganz gerne nochmal das Zeug hier finden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das Zeug sich jetzt mal geöffnet hat oder nicht. Es könnte natürlich sein. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Aha, ja. Okay, man muss beide von denen aktivieren. Ich hole mir erst mal das Geheimnis. Ah, das ist schon wieder dieser Fisch. Ich glaube, der ist von Captain Keane oder so. Weil das Ding auch gerade Keane hieß. Ähm, na gut. Ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Gar kein Bock. Oh Gott. Der kann jetzt mal sterben gehen. Und sonst. Einfach bei allen das Gleiche. Ach, das war's schon. Okay. Ich dachte, da kommt noch mehr. Na gut. Dann haben wir das auch. Das finde ich immer schön. Das war nur ein Hell Knight. Oder wie die hießen? Ne, Baron of Hell hießen die, glaube ich. Die waren im ersten Teil auch nicht so ganz heftig. Und jetzt sind die so Flammen-Dämonen-Mega-Super-Leute. Finde ich aber cool. Die sehen besser aus als im alten Teil. Ich finde eh, das sind einer der Dämonen, die am coolsten aussehen. Oh, fuck. Jetzt bin ich hier eingesperrt. Super. Ich wollte eigentlich das hier noch nehmen. Da ist ein unsichtbarer Pinky. Ähm, wie wär's denn damit? Wenn wir einfach mal so machen und dann... Ja. So einfach geht es. Aber jetzt brauchen natürlich noch mehr. Ist nicht so geil. Oh, fuck. Zwei von denen. Weg mit deinem Scheiß-Teil da unten. Oh Gott. Ah, das hab ich ja noch. Ich hab ja noch, äh, Schwert. Komm her. Wer will, wer will, wer hat noch nicht. Ich glaub, der Fette da hinten wollte was. Oder ist der jetzt schon tot? Hab ich den umgebracht? Ne, da ist er. Komm mal her. Ein Schlag und du bist weg. Oh Gott. Ähm, ich hab kaum noch Money. Das ist nicht so gut eigentlich. Oh Gott. Nein. Ich wusste es. Wenn man mal in so einer Ecke drin steckt und dann so ein Typ vor dir steht, dann kommt man da auch nicht raus. Okay, das mit der BFG war einfach nur Verschwendung. Schon wieder. Komisches Bildschirm flackern. Ich weiß nicht, was da los ist. Es tut mir echt leid. Oh Gott. Ah, der lebt noch. Nein, das ist so ein Typ. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Nein, lass mich ihn finischen. Arm gebrochen. Einer aufs Maul. So passt das. Na gut, das wollte ich jetzt nicht unbedingt einsammeln, aber egal. So, komm du mal her. Ja, okay, dann halt einfach die Kleinen hier. Passt auch. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Oh Gott. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Jetzt muss ich mich gerade konzentraten. Deswegen rede ich gerade nicht. Das war heftig. Und saftig. Oh Gott. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Von mir aus Ich nehm's, dann muss ich den Rest halt so noch sammeln Später dann Ah, ich hab' alles wichtige gefunden Also es sind nur zwei Spielzeuge gewesen Die sind zwar auch schon ziemlich wichtig, aber Ja, egal Dann machen wir mal kurz weiter oder kommen wir schon gleich in die nächste Dings. Necrawoll Teil 2. Ach, da werden die Seelen dann ausgesaugt oder wie. Okay, dann würde ich aber sagen, damit geht's in der zweiten, oder nicht zweiten, nächsten Folge würde ich sagen, in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, euch hat diese hier gefallen. Wenn ja, dann lasst doch mal mal einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, Glocke aktivieren und ja, ansonsten ja, wie gesagt, sehen wir uns hoffentlich in einem anderen Video wieder. Tschüss! Outro